Steht ihr auch auf Schläge? Au! So Leute, dann starten wir heute mal wieder mit CSGO. Ich war lange nicht da, war ein bisschen im Urlaub. Aber jetzt geht's weiter. Wir haben ein neues Update bekommen. Stockholm 2021. Major findet bald statt. Und ich hab mir mal den Pass gekauft. Und, äh, genau. Ein paar Stickerkapsel. Fünf von jeder Sorte. Und dann gucken wir mal, was da so drin ist. So, zuerst. Wenn wir mal unsere Pics abgeben. Na, ihr könnt da dann immer so Tokens gewinnen. Ich hab mir den Pass gekauft mit den drei Souvenir Tokens in drin. Und man kann die sich auch extra kaufen für 2,50. Ich denke mal, sobald es losgeht, kann man sich denn die Souvenir Pakete kaufen, die von den Matches sind. Ihr solltet aufpassen, wo ihr die drei ausgebt. Ich würde sagen, eher von den neuen Kollektionen. Damit man da halt auch noch ein bisschen Profito macht. Und jetzt setzen wir mal unsere Pics. Also ich hab keine Ahnung momentan von den ganzen Teams. Ja, die üblichen Verdächtigen, ne? Piketeam, der wird advanced undefeated. Das heißt, dass ihr entscheiden sollt, wer umgeschlagen wird. Und ich würde sagen, keine Ahnung. Ich glaub, Taillou ist momentan ganz gut. Hier solltet ihr ein Team auswählen, was kein einziges Match gewinnt. Sagen die. Und den Rest nehme ich einfach so rein. Wie gesagt, ich kenne mich nie aus. Ich nehme die üblichen Verdächtigen. Pik natürlich nicht zu vergessen. Den gibt's denn hier noch. Die meisten kenne ich gar nicht davon. Hier Mouseboards mit dem neuen Logo. Nice. Und dann nehmen wir Ent... Na, Ents. Ach, nee. My Spirit. Und dann drückt ihr auf Update Pics. Und dann ist das drin. Genau, hier sind die nächsten Stufen dann. Genau. Und hier könnt ihr dann nochmal nachgucken. Ihr dürft nicht vergessen, ihr müsst hier auf Update Pics drücken, sonst übernimmt er das nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Kapseln, ne? Was öffnen wir dann zuerst? Hier. Ihr braucht keinen Schlüssel dafür. 85 Cent kostet eine. Mal gucken, was wir so bekommen. Also ich habe ja schon gesehen, die meisten Sticker sehen ganz schön nice aus. Also gerade in der Holo-Variante. Und erinnere mich ein bisschen an Cato Vize. Die 2014er Sticker. Finde ich schön. Dass wir das ein bisschen beibehalten haben und mal ein bisschen was Neues reingehauen haben. Challengers. Ah, komm mal ein Big-Sticker. Mal Legends auf. Wee. Furia Holo. Guckt euch das mal an. Das sieht nicht schlecht aus, oder? So, was haben wir denn noch? Contenders. Haben wir noch gar nicht geöffnet, oder? Machen wir auf. Da fliegt der Rote vorbei. Ja, Renegades. Machen wir noch ein Challengers auf. Wieder nix. Pain Gaming. Noch nie von gehört. Noch ein Big-Sticker. Geil. Machen wir noch Contenders. Wee. Kommt ein Heiden Flames. Holo. Da ist hier das. Äh? Seht ihr das? Soll das in der Dragon Law sein? Hä? Ist das ein Hint auf irgendwas? Green. N.I.P. Ninjas in Pyjamas. Holo. Machen wir noch drei Contenders. Zwei Challengers. Machen wir noch Legends auf. Meint ihr, kriegen wir was Rotes? Navi Holo. Nice. Aber ich hätte gerne mal was. Bisschen mehr als. Lila. Aber was Pinkes oder was Rotes? Pain Gaming. Oh, da fliegt der Liquid vorbei. Evil Geniuses. Und Tenders. Oh, da fliegt der Rote vorbei. Sharks. Sharks E-Sport. Nice. Ui, da ist auch mal was. Ends Foil. Das ist sehr schmutzwert. Einen Euro. Ja, eine Stickerkapsel zurückbekommen. Tailu fliegt vorbei. Renegades. Holo. Dann haben wir noch eine Legends. Eine Contenders. Machen wir die Contenders zuerst auf. Tailu. Das Auge sieht nice aus. Und noch eine Stockholm. Okay. Team Liquid Sticker. Mhm. Alles klar. So, das ist unser Ausbeute. Joa. Ich glaub. Ganz nett. Der Ends Foil. Und dann würde ich sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr liked, abonniert und einen Kommentar da lässt. Wenn wir 50 Likes schaffen, geht die 5.7 Star Trek Copper Galaxy an einen von euch raus. Back to Renew. Kostet so 10 Euro, glaub ich. Wenn ihr abonniert, liked und einen Kommentar schreibt. Und wenn wir innerhalb von 7 Tagen 50 Likes schaffen, geht die an einen von euch raus. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Habt einen schönen Tag. Und ich bin raus. Tschüss. Bersambung. 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 Bersambung.